Und dann herzlich Willkommen zurück zu Neverwinter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ... ... ... ... ... ... Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Was ist das? Ich muss meine Wache hier! Ich bin hier! Oh ja! Oh, okay! Meine Wache! Könnt ihr bitte aufhören? Ich bin hier mit und aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen Möge Tempest euch Kraft verleihen. Vielen Dank. Ihr habt diese Wachen vor einem Schicksal bewahrt, das schlimmer ist als der Tod. Viel Glück da draußen. Ein guter Kampf. Die Orks werden zwar weiter ihr Unwesen treiben, aber wenigstens konnten wir ihre Horde etwas ausdünnen. Okay. Hey. Verlorene Nachricht. Mir lag da nichts. Es ist mich in dem gefangenen Turm und dem Lager der Wachen. Zum Sankieren war sehr gefährlich. Und war es uns gelang, die Straßen zu sichern, kurieren wir mussten den gefährlichen Weg entlang des pausierend steigenden Pläne. Oft gehen wir wegen Kurierer verloren und wir haben volle Nachrichten mit ihnen. Sucht auf den pausierenden Stein nach einer Kuriertasche und überbringt sie mit ihren entfaltenden Nachrichten an Hauptmann Janor. Und wir haben den dranken, die gonnaegangenen. Und da ist es nicht nicht so, dass wir hier und die Generation einfach nicht so. Und das sind ein ganzer Weg. Uff. Und wir haben das Couple Jahr. Und wir haben es hier. Das ist nicht so. Und wir haben es ein Klafsman hier. wir sind bereit für erbrachte dienst gut gemacht so lange ihr mir da springt was ich brauche steht euch im lagen steht euch mein lagen was haben wir denn hier auf der suche nach beschäftigung ok ich glaub hier es es ja 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 Wir sollten reden. Ja, ähm... Die Neverwinterwache braucht Unterstützung. Auf der Suche nach Beschäftigung. Oder seid ihr nach all dem als Einzelwesen gefragt, dass Sieger schreiben, Geschichte wird. Was ist die Euer? Ich guck das nimm mir nochmal an. Aber bevor wir etwas anfangen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Dann sag ich bis dahin. Tschüss.